Real Madrid mit Zuschauereinbruch Real laufen die Zuschauer weg Immer weniger Zuschauer wollen die Heimspieler von Real Madrid im Stadion sehen Der Zuschauerschnitt vom Estadio Santiago Bernabeu ist der niedrigste seit 16 Jahren Champions League Sieger Real Madrid, Klub von Nationalspieler Toni Kroos, hat mit einem akuten Zuschauereinbruch bei Heimspielen zu kämpfen Nach dem Wechsel von Superstar Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin im vergangenen Sommer ist der Besucher zu Spruch dramatisch zurückgegangen Beim 1 zu 0 Erfolg gegen Rayo Vallecano am Samstag waren nur 55.229 Fans im 81.044 Besucher fassenden Estadio Santiago Bernabeu In der Liga ist der Zuschauerschnitt um knapp 3.000 pro Spiel zurückgegangen, in der Königsklasse gar um 11.000 pro Partie Bei der 0 zu 3 Heimpleite gegen ZSKA Moskau unter der Woche in der Champions League kamen nur 51.636 Besucher Kein Real Heimspiel ausverkauft in der laufenden Saison war noch kein einziges Heimspiel von Real ausverkauft Die Bestmarke sind die 78.672 im Derby gegen Atletico In 7 von 12 Begegnungen im Bernabeu Stadion wurden weniger als 60.000 Fans verzeichnet Zum Saisonauftakt gegen den FC Getafe kamen sogar weniger als 49.000 Fans ins Stadion Das war das am schlechtesten besuchte Heimspiel seit neun Jahren Anzeige, Dazon gratis testen und internationalen Fußball live und auf Abruf erleben Der aktuelle Zuschauerschnitt nach acht absolvierten Heimspielen liegt bei 63.747 Das ist der schlechteste Wert seit der Saison 2002-03 Eine Ursache, meint die Marker, könne die geringe Erfolgsquote bei Heimspielen der Königlichen sein Im Jahr 2018 gewann Real nur rund 63% seiner Auftritte im Bernabeu, so dürftig war die Ausbeute zuletzt 1994 Allerdings war der Zuschauerschnitt auch im vergangenen Jahr schon auf 66.510 gesunken Da war Cristiano Ronaldo Anzeige, hier geht es zu Ronaldos Biografie, Powered by Contexta, noch im Trikot der Königlichen zu sehen Spitzenwert, was den Zuschauerschnitt angeht, bildet die Saison 2006-07 mit 76.650 Zuschauern Damals waren Spieler wie Roberto Carlos, David Becken, Rahl und Ronaldo bei den Königlichen aktiv Die Saison 2006-07-2004-2004-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-2005-200